Ach, schon wieder ein neues Video von Carsten Stahl und wahrscheinlich wird er wieder rumbrüllen und irgendwelchen Unsinn von sich geben. Wenn ich die Überschrift schon sehe, Deutschland verschwendet 777 Millionen. Ja, was denn? Erbsen? Karotten? Während unsere Kinder hungern? Nein, nein, nein. Deutschland verschwendet viel mehr Geld. Viel, viel mehr. Lasst mich raten. Wird Carsten Stahl, schreibt 1 in den Chat, wie für Ja oder 2, wenn Carsten Stahl jetzt wieder gegen die Ukraine schießt und wieder so pro-Putin-Propaganda indirekt macht. Bestimmt ist die Ukraine schuld, sind die Menschen in der Ukraine schuld, dass Kinder in Deutschland hungern. Ich habe schon wirklich Angst, das jetzt anzuschalten, weil ich mir denke, es gibt Menschen, die diesen Hetzer auch noch feiern. Ich habe den Eimer schon hier. Er hat ja schon, ich habe ja auf das letzte Video reagiert, wo er es verteidigt hat oder wo er gefordert hat, dass Faschopropaganda nach Deutschland kommt, in Form von Sportlern, indem dort zu Ehren der Vergewaltiger die russische Fahne gehisst wird und man sie damit auch noch lobt, weil sie Frauen und Kinder vergewaltigt haben. Wir schauen rein. Ihr versucht mich seit 10 Jahren zu bekämpfen. Bin immer noch da. Oh nein. Carsten Stahl faselt wie aus, ihr wollt mich bekämpfen. Niemand, keine Sau interessiert sich für ihn. Carsten Stahl ist irrelevant. Die da, wer will ihn denn bekämpfen? Alle lachen über ihn. Ist das schon pathologisch? Ich habe mich damals gesagt, schützt die Kinder. Wir müssen die... Im letzten Video hat er sich noch darüber lustig gemacht. Und da war es ihm egal, dass Kinder in der Ukraine entführt oder vergewaltigt oder missbraucht werden oder umgebracht werden. Es sollen ja russische Sportler nach Deutschland, um ihre Propaganda hier abzuziehen. Die Politik zum Handeln bringen und zwingen. Denn die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schützt, ist moralisch untragbar. Und wenn für alle Geld da ist, außer für die Kinder und für Veränderungen in unserem Land, dann stinkt das hier zum Himmel. Eure Werte fallen. Und jetzt frage ich euch, ist das in Ordnung? Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Fitnesskinderschutz in Deutschland und Österreich. Für alles ist in unserem Land Geld da. Obwohl wir ja kein Geld haben. Aber für die Kinder ist kein Geld da. Schon nicht für die Bildung, nicht für Prävention, nicht für Aufklärung. Nein, natürlich ist es kein Geld da für die überteuerten Kosten für irgendwelche Carsten Stahlkurse, wo dann fünfstellige Summen aufgerufen werden, damit er sich einen Wohnwagen davon kaufen kann oder seinen Verein. Wisst ihr, dass in unserem Land Millionen von Kindern unter Kinderarmut leiden? Millionen von... Schauen wir jetzt mal die Statistik an. Er blendet das extra so kurz ein. Also, 78,6 haben eine gesicherte Einkommenssituation. Das sind 10,76 Millionen Kinder. Oder Jugendliche. Es geht ja Kinder und Jugendliche, es wird unter 18 gezählt. 21,3% sind armutsgefährdet. Das ist das Gesamte hier. Also, 10,5 armutsgefährdet und aktueller SGB-II-Bezug. 7,2 armutsgefährdet und kein aktueller SGB-II-Bezug. Und nicht armutsgefährdet und aktueller SGB-II-Bezug. Das kannst du nochmal rausrechnen. Also sind diese 17,7 relevant. Das heißt aber noch lange nicht, dass die hungern. Das ist einkommensarmutsgefährdet. Nicht arm, sondern armutsgefährdet. Da steht jetzt leider nicht drin, welche wirklich als arm gelten. Das fehlt. Aber sind eh zu viele. Sagen wir mal, eine halbe Million? Ja. Ne, das stimmt eben nicht. Nein, der lügt ja halt. Nicht Millionen, sondern, wir rechnen nochmal zurück. Wo ist die Grafik nochmal? Zusammen 2,83 armutsgefährdet, obwohl die nicht armutsgefährdeten hier auch reingezählt werden, was ich nicht verstehe. Also sagen wir mal, die müssen wir abrechnen. 2,4 hochgerechnet. 2,4 Millionen armutsgefährdet. Also sie leben nicht in Armut. Da habt ihr es nochmal. Also jetzt nochmal. Zurück. Ich hatte eben, glaube ich, das nicht eingeblendet. Kinder unter Kinderarmut leiden. Millionen von Kindern leben in Deutschland unter Kinderarmut. Genau, da lügt er. 2,4 Millionen sind armutsgefährdet. Schlimm genug. Aber man sollte hier schon genau sein und nicht diesen populistischen Dreck, in dem man Leute manipuliert. Bremen ist ja auch so ein Problemfeld. Hier ist Bremen, warum ist Bremerhaven. Das sind halt die Ballungszentren. Hier unten Saarbrückengebiet. Berlin. Nein, Bayern sieht es gut aus. Es gibt sogar eine Karte, die anzeigt, wo Kinder in unserem Land besonders gefährdet sind von Armut. Dieser Zustand, in dem reisten noch reisten. Gesamteinkommen, aber pro Kopf sind andere Länder reicher. Steht hier auch. Das Land in Europa ist nicht nur asozial, sondern absolut Kinderfeind. Aber für Waffen, für Impfungen und für hunderte Millionen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Er hetzt gegen die Ukraine. Er fängt an mit Impfungen, weil er wieder seine Schwurbler aktiviert. Es ist so dumm. Es ist so unglaublich, unerträglich dumm. Was für dumme, grenzdebile Menschen feiern Carsten Stahl. Wie dumm muss ein Mensch sein, um diesen Schwachsinn, um diese Hetze zu feiern. Grenzenlose Dummheit versammelt sich unter seinem Video. Und dann zeigt er das Kanzleramt, was ja gestoppt ist. Meine Güte. Da stellt sich ja Christian Lindner quer. Mein Gott, aber das war nicht die heutige Regierung. Das hat noch die letzte Regierung beschlossen. Die von der Bundesregierung geplante Erweiterung, das ist auch falsch. Das ist von der letzten Bundesregierung beschlossen. Das muss man halt auch mal sagen. Dieses Vokabular Kanzlerschloss. Als ob, wer ist denn, ist dann jetzt Olaf Scholz drin, der als Prinzessin da rumläuft oder was? Jan Scholz mit Hubschrauberlandeplatz eigener Gita. Dafür sind hunderte von Millionen da. Moment mal. Kritisiert er jetzt, dass das Kanzleramt für seine Mitarbeiter eine Kindertagesstätte hat? Ich dachte, man sei für die Kinder. Jetzt wird was für die Kinder eingeführt, eine Kindertagesstätte im Kanzleramt. Und das will er jetzt auch nicht. Er will also, dass die Kinder keine Betreuung bekommen. Und natürlich ist da ein Hubschrauberlandeplatz, ja. Natürlich. Wenn der Kanzler mit dem Hubschrauber kommt oder ein Staatsgast ist, ist halt so. Der Bundestag hat eine Kita, das Auswärtige Amt hat. Große, große Betriebe haben eine Kindertagesstätte. Das ist für den Schutz der Kinder. Da denkt mal jemand an die Kinder. Carsten Stahl hat was gegen Kinder, weil Carsten Stahl jetzt gegen die Kindertagesstätte im Kanzleramt hetzt. Und davon mal abgesehen, die ganzen Impfungen, die wir ja üblich verhalten haben, die jetzt alle abgelaufen sind, die Millionen von Euros gekostet haben, die jetzt weggeschmissen werden. Hätten wir sie nicht gekauft, dann hätten sie gebraucht, dann hätte er jetzt auch rumgemotzt. Meine Güte. Die ganzen Masken weggeschmissen werden. Welche Masken werden denn weggeschmissen? Wo denn? Jetzt kannst du einfach nicht ausdenken. Wir haben eine einmalige Krisensituation und er heult jetzt wieder rum. Er hätte es natürlich alles besser gewusst. Carsten Stahl, ich habe ein starkes Immunsystem, Coronavirus. Und dann verrickten die Menschen wieder, wie die fliegen, wie in England. Ich habe es doch gesehen. Das ist Wahnsinn. Aber im gleichen Atemzug lasst ihr Kinder in unserem Land verarbeiten. What about autism? Dieses ganze Video ist what about autism. ... und bringt sie in Gefahr. Kinder, Jugendliche, die nichts dafür können, die gar nichts dazu beitragen können, weil sie in der Schule sind oder noch in der Kita sind, weil sie keinen Job haben. Die leben in Armut. Während ihr, die die ja zu ändern könnt, in Saus und Braus lebt und unsere Kohle zum Fenster raus. Hä? Wieso in Saus und Braus? Was redet ihr denn da? Ich darf sie nur hereinlassen, wenn sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Sag kann man ein Dankeschön für den Prime-Sort. Hä? Wo denn Saus und Braus? Was redet ihr denn da? Weg. Ein aktuell gestopptes Ausbau eines Kanzleramts? Waffenlieferungen, damit Frauen und Kinder nicht vergewaltigt werden? Was ist denn da in dem Schwurblerkopf durcheinander gekommen? Aus schmeißt für alles und jeden in der ganzen Welt, für eure Ideologien, aber kein Geld für unsere Kinder. Ihr seid in meinen Augen das Letzte. Und eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schützt, ist moralisch untragbar. Ich brauche eine Taste für Karsten Stahl. Es ist so viel wirres Zeug, was da aus dem Quadratschädel rauskommt. Wir tragen die Verantwortung für diese Kinder. Denn die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in denen, was sie für ihre Kinder tut. Wir schützen unsere Kinder nicht vor Gefahren. Wir schützen unsere Kinder nicht vor Armut. Natürlich geht es dem einen oder anderen gut und den Kindern geht es auch gut. Aber den Kindern, die es nicht gut geht, die sind für uns alle dann unwichtig, denen es besser geht oder wie. Ja, warum macht denn Karsten Stahl nichts von seinem großen Einkommen? Warum gibt er dir nicht was ab? Nein, wir müssen die Politik zum Handeln bringen und zwingen. Und wenn wir in unserem Land Kinder eigentlich haben, dann läuft die gewaltig was schief. Wenn Kinder Kinder töten, läuft die gewaltig was schief. Hier bringt wir alles durcheinander. Warum gibt denn Karsten Stahl nichts von seinem großen Einkommen ab? Warum macht er es denn nicht? Will Karsten Stahl, dass Kinder hungern? Karsten Stahl braucht doch nicht so viel Geld. Karsten Stahl soll mal offenlegen, wie viel Geld er verdient mit seinen Auftritten. Und wenn Karsten Stahl mehr als 5000 Euro verdient, dann soll er das den Kindern geben. Denn wenn Karsten Stahl das nicht den Kindern gibt, dann hasst er Kinder. In seiner Logik. Wenn Kinderschänder geschützt werden, läuft die gewaltig was schief. Und wenn es für alle die älter ist, außer für die Kinder und für Veränderungen in unserem Land, dann stinkt das hier zum Himmel. Und das muss endlich allen bewusst sein. Und wir werden weiter das mal aufmachen. Ob es das passt oder nicht. Diese Fakten sind da. Die könnt ihr nicht... AfD-Schmutz. Einfach nur populistischer AfD-Schmutz, die er auch von sich gibt. ...jurieren. Und wir werden weiter den Mund aufmachen, Demos machen und das öffentlich machen. Da könnt ihr so viel abkotzen, wie ihr wollt. Ich hab euch damals gesagt. Du hast keinem was gesagt. Keiner hat mit dir geredet. Alle haben über dich gelacht wie heute. Wem hat er denn irgendwas erzählt? Das sind wieder Geschichten aus dem Paulaner Garten, die er von sich gibt. Da haben wir auch die hier, die Taste. Wo ist denn das hier? Meine Paulaner-Taste. Schützt die Kinder. Ihr habt mein Kind schutzlos Gewalt ausgeliefert. Und ihr wart der Meinung, mir verbieten zu können, dagegen etwas zu tun. Kinder zu schützen. Ihr versucht mich seit 10 Jahren zu bekämpfen. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Erstmal bei jedem Schwachsinn drück ich die Taste. Immer noch da. Eure Werte fallen. Das, was wir machen, geht jeden Tag immer höher. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Wer spricht hier die Wahrheit und wer lügt hier und schweigt hier Dinge tot? Und in Deutschland ist immer der gefährlicher, der die Missstände anspricht, als der, der die Missstände macht und zu verantworten hat. Diesen Missstand von Armut in unserem Land hat diese Bundesregierung zu verantworten. Eine Regierung, die seit zwei Jahren an der Macht ist, hat das also zu verantworten, dass damals Impfstoffe gekauft worden sind, die er nicht mag, dass das Kanzleramt geplant wurde. Was redet ihr für ein Unsinn? Die gleiche Bundesregierung, die Millionen rausschmeißt für Dinge, die ihr wichtig ist und ihre Ideologie nutzt. Ja, zum Beispiel die Ideologie. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Schutz von Kindern und Frauen. Das ist, das stimmt, das ist die Ideologie. Unsere zivilisierten Werte, aber die mag Carsten Stahl halt nicht. Und sich dabei noch die Taschen vollstecken mit unserem Geld für sich selbst. Und dabei sogar noch extra abgreift für Friseure, für alle das, was ihnen gefällt. Die machen auf Fettlebe und wir sollen das bezahlen. Und unsere Kinder, besonders Kinder in der Armut, zahlen dafür den Preis. Genauso wie die alten Menschen, die dieses Land aufgebaut haben und die zusehen müssen, wie dieses Land hier kaputt gemacht wird. Die alten Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Durch Leute, die diese Wirtschaft mit Füßen treten. Und diese Menschen lasst ihr genauso im Stich. Und jetzt frage ich euch, ist das in Ordnung? Ist so eine Politik glaubhaft? Dumm. Oder ist Macht in den falschen Händen gefährlich? Ja, macht in den falschen Händen ist auf jeden Fall gefährlich. Genau deswegen wurde Carsten Stahl glücklicherweise nicht in das Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt. Er wollte ja Abgeordneter werden. Und die Berlinerinnen und Berliner haben gesagt, nee, so eine Scheiße wollen wir nicht. Kein Bock drauf. Und haben ihm deswegen quasi keine Stimmen gegeben. Weil sie ja wissen, der Kerl brüllt ja nur rum und hat noch nie die Lösung gebracht. Sondern ist einfach nur populistisch für den Stammtisch da, für irgendwelchen Besoffenen, die ihm zugrölen. Deswegen. Was ist denn eure Meinung? Dreht Carsten Stahl mittlerweile immer mehr durch? Geht er wieder in die Schwurblerecke? Also er hat ja bisher, er hat ja in diesem ganzen Video kein einziges Argument gebracht. Er hat nur irgendwelchen Worten über Autism vor sich hin gebrüllt. Damit seine dumme Community es feiert. Also das ist so ein klassischer, das kam mir vor wie so ein AfD-Kreis-Parteitag. Ja. Erbärmlich. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Und lacht über Carsten Stahl.